Ich will Elektronen beobachten. Ich will Atome und Moleküle beobachten. Ich will die Struktur solcher Vorgänge verstehen, genauso wie ihre Dynamik. Ich habe zwei Stipendien aus Deutschland bekommen. Der DAAD, der akademische Austauschdienst, holt Wissenschaftler aus der ganzen Welt hierher. Ich als Ägypter arbeite dann gemeinsam mit israelischen und anderen arabischen Forschern. Alle sitzen an einem Tisch und fühlen sich gut dabei. Ich erforsche das Verhalten von Atomen, Molekülen und Polymeren in wässriger Lösung unter Verwendung weicher Röntgenspektroskopie. Das ist wichtig, zum Beispiel in der Biologie oder in der Medizin. Was passiert bei Fieber? Die Bedingungen sind ausgezeichnet. Ich habe gerade meinen Doktor gemacht und schon meine eigene Arbeitsgruppe. Ich mag Berlin und ich habe hier Orte gefunden aus meiner Kultur, wie zum Beispiel meine Kirche. Das ist einer meiner Lieblingsorte. Ich mag auch den Schlachtensee. Hier kann man zehn Kilometer um den See laufen. Das ist die perfekte Umgebung für mich. Es ist nicht einfach, sich hier zu integrieren, aber wenn man einmal in der Gesellschaft angekommen ist, ist es wirklich schön. Ich bin gern mal in einer netten Kneipe. Es gibt eine Brauerei, sie machen frisches Bier. Es schmeckt fantastisch. Das Wetter in Deutschland ist nicht so schlecht. Manchmal scheint die Sonne, manchmal regnet es. Ich finde das besser als zehn Monate, 40 Grad. Nach sieben Jahren kann ich jetzt sagen, ich bin hier zu Hause. Nach sieben Jahren kann ich jetzt sagen, ich bin hier zu Hause.